Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir spielen Elex 2 und unser Held Jax, der inzwischen wieder zum Alp geworden ist. Der ist jetzt hier bei den Klerikern. Durchsuchtes Archiv nach Bauplänern von Kampfrombatern. So ist es. Aber ich fürchte, ich habe hier schon alles abgeräumt. Hast du ja? Aber es wird ja wahrscheinlich erst dann da sein, wenn du den Auftrag bekommst, oder nicht? Das kann sein, dass die erst auftauchen, wenn man den Auftrag hat. Nicht ausgeschlossen. Aber ich nehme eher an, dass du recht hast, dass es die zweite, unangenehmere Möglichkeit ist. Das ist in fast allen Spielen so. Wäre ja auch zu einfach sonst. Ja, das ist ganz interessant. Wir waren ja schon ganz früh dabei, als es anfing mit den Spielen. Und früher war das auch so, dass wir viel, viel mehr selbst suchen und selbst finden mussten. Und viel weniger Hilfen gab es so, ne? Und viel mehr Rätsel auch. Und die waren zum Teil gar nicht zufrieden. Da musste man sich auch schon mal merken, wer ist der Auftraggeber? Naja, mal abgesehen davon, dass es dann, ja, nicht alles geschrieben stand. Keine Zielvorgaben. Ja, also ich sehe hier nichts. Wir können das Klebeband noch einstecken. Heute ist es relativ einfach, ne? Aber man wird ja auch immer bequemer dann. Ein Elixit. Jetzt sind wir reich. Eva, ich fürchte, deine Ordnung ist keine besonders gute. Das ist die Risse. Sie kann nichts dafür. Die will es ja in Ordnung bringen. Das schafft sie auch. Ja. Das traue ich ihr Risse dazu, dass sie das ordentlich hinkriegt. Ja. Ich habe im Archiv keine Baupläne für Konrad. Wundert uns ja nicht. Tja, dann habe ich schlechte Nachrichten. Ich weiß genau, wir hatten mal welche. Für alle Baureihen. Vermutlich sind die Baupläne, die du suchst, in unserer alten Stadt zurückgeblieben. Aber jetzt, da dort einer dieser Türme niedergegangen ist. Tja, du wirst dich mit diesen fremden Kreaturen anlegen müssen, um die Ruinen zu durchsuchen. Eine andere Idee habe ich nicht. Scheiße. Dann bleibt mir wohl keine andere Wahl. Wo genau muss ich hin? Warte, ich gebe dir die Koordinaten. Schön. So. Aber wenn du dahin gehst, sei vorsichtig, ja? Mach ich. Na dann. Viel Glück. Und melde dich mal, wenn du wieder in der Gegend bist. Hm. Gerne. Na gut. Falls da jemals wieder in diese Gegend kommen, weiß er nicht, ob was überlebt. Tja. Aber nur mal gucken. Ist nach wie vor. Baupläne eines Kampfkolosses. Einer. Und wo ist das? Weit weg. Guck mal. In der Kälte. Ach. Na toll. Ich sehe jetzt gerade gar nichts. Geht noch weiter nach oben. Der gelbe Pfeil ist da und dann ist er weg. Ja. Ist komisch, ne? Das ist äußerst merkwürdig. Ist seltsam, ja. Was sagt das Lock? Ja. Nichts weiter. Hm. Keine Markierung. Ja, schon komisch, dass es die nicht gibt. Nö. Wir haben den Auftraggeber, das ist Kel. Mö. Und. Wir haben einen, wir haben einen Ding hier. Aber hier waren wir noch nicht. Es muss hier irgendwo in der Gegend sein. Aber das ist doch. Ja, hier ist wohl einer dieser Türme. Ja. Irgendwie schmeckt mir das nicht so recht, oder? Nee, mir auch nicht, weil ich vor allen Dingen, ich verstehe es eigentlich gar nicht. Normalerweise zeigen sie einem ja immer, wo das ist. Ja. Da drauf. Ja, ja. Guck mal. Wenn ich auf die Seite gehe, dann zeigt er hier hin. Also. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Aufträge hast, die du vorher machen musst. Ja. Wir haben ja noch einige Aufträge. Wir gucken mal. Vielleicht sollten wir erstmal wirklich ein paar Sachen noch erledigen. Weil das scheint mir dann doch eine andere Schwierigkeitsstufe auch schon zu sein. Tja. Also, ich gucke jetzt erstmal hier. Ich habe bestimmt wieder ein paar Sachen gefunden. Ich habe zwei Bilder gefunden. Ein Affe und ein Pinguine. Gut gelungen. Ich bin hübsch auf die Pinguine. Flugblatt der Kleriker. Seid ihr von Angst geplagt, schreckt euch der Anblick des Himmels, weil der Morgen ungewiss ist. Dann zögert nicht länger und empfangt die Umarmung des Schöpfers. Ach ja, das sind die Flugblätter, die wir verteilen sollen. Ja, das müssen wir machen. Packt eure Sache und wandert auf seinem Pfadgen Karakies. In den Gemäuern der Altfordern findet ihr, wonach ihr sucht. Ja, dann bleib erst mal da und guck, wo du die ablegen musst. Das waren ja zwei Orte, damit die weg sind. Ja, das machen wir da gleich als erstes mal. Ein kleines Gedicht. Über Stock und über Stein hüpfe ich nicht mehr allein. Mit dir gehe ich überall hin. Allein hat gar nichts einen Sinn. Siehst du dort den Sonnenschein, er schleicht sich in dein Herz hinein. Ob Tag, ob Nacht, ich gebe auf dich Acht. Und brauche ich mal Rat oder stehe im Regen, muss ich nicht länger schwermütig sein. Mit dir wird es immer auch Sonnenschein geben. Gemeinsam sind wir nie mehr allein. Toll, keine Ahnung, wo wir es gefunden haben. Aber ist auf jeden Fall niedlich. Letzte Worte. Darfst du mal wieder. Falls jemand das hier lesen sollte, bin ich nicht mehr am Leben. Lass dir diese Worte eine Warnung sein. Vertraue nur dir selbst. Ich dachte schon, ich sei verrückt. Vielleicht auch vergesslich. Aber nichts da. Ich wurde bestohlen. Werde beschuldigt, meine Ration nicht genommen zu haben. Mir glaubt natürlich niemand. Und nun warte ich hier auf meine Exekution. Der Dieb muss gewusst haben, dass ich abends außerhalb des Depots unterwegs bin. Jetzt ist nichts mehr da. Hätte ich meine Ration mal direkt genommen. Ohne das Elex fühlt sich alles so merkwürdig an. Ist das die Angst, wovon die Menschen immer sprechen? Nun gut, mein Freund. Inzwischen wird die Angst wahrscheinlich so zur Vergangenheit sein. Seite aus Cliffs Notizbuch. Notizen von Cliff über sein neues Experiment. Ah, halt. Endlich hat mein Kumpel mir was von dem lila Zeug vorbeigebracht. Haben wir direkt eine Mischung fertig gemacht. Es brennt zwar gut ab, aber so richtig knallen tut's nicht. Das Kribbeln im Bauch und in den Händen ist ja normal. Aber bei den Stimps, die ich mir sonst reinfahre, brennt sich das Licht nicht zur Grelle in meine Augen. Sobald es dunkel ist, werde ich mal frische Luft schnappen gehen. Na, warum soll ich das Ende? Das war's dann wohl. Muss ich wohl bei den Outlaws irgendwo gefunden haben. Kann sein, ja. Eine Warnung. Wenn ich mich richtig erinnere, lautete der Befehl, gelang ins Vor- und tritt als falscher Lehrling auf. Und nicht, komm mit leeren Händen zurück. Du hast die Wahl. Jag dir eine Kugel in den Kopf oder die Kopfgeldjäger übernehmen das. Versuch nicht, mich umzustimmen. Tja, das war eine Warnung. Naja, es klang jetzt eigentlich mehr nachs Todesurteil. Ach, das war wohl der, den wir ziemlich am Anfang mal gesehen haben, bei den Outlaws. Na gut, wie auch immer. Der Outlaw-Boss, der einen Helfer für den Nachhauseweg mitgegeben hat. Kannst du dich erinnern? Wir sollten diese geschriebenen Sachen eigentlich lieber gleich lesen. Dann können wir sie noch in Zusammenhang mit irgendwas. Können wir es jetzt eigentlich, meistens ja nicht. Ne, den habe ich bei einer Leiche gefunden. Ach, bei einer Leiche. Naja, ist sowieso wurscht, wenn jemand tot ist. So, ja. Achso, ja, die Elix-Rationer müssen wir dem Typen ja bringen. Mhm. Machen wir das als erstes. Und dann gehen wir die Flugbälle da verteilen. Ja, von mir aus. Es sind ja nur zwei. Okay. So. Und ich würde sagen, wir machen nämlich auf jeden Fall diese einfachen Sachen erst mal weg. Ja. Hinterher. Es ist auch immer langweilig, wenn du dann schon so weit bist vom Level her. Und dann einfach, hm. Da ist gar keine richtige Lust mehr dran. So, wer war das jetzt? Wer hat das haben wollen? Wir haben hier einen gelben Pfeil. Hä? Was denn? Ja, ja. Ich versuche mich nur einzunorden. Ich weiß jetzt wo. Ja. Na, wer kann schneller laufen? Du oder ich? Ach. Ich bin schneller. Im wirklichen Leben nicht. Ist was? Du bist nicht Kroni. Kroni ist immer noch da. Hinten bei den Außerirdischen habe ich mal gesehen. Ja? Ja, ja. Da haben wir ja einfach abgebrochen. Und hast Kroni da gelassen, ja? Na, ich bin abgehauen. Aber ich dachte, Kroni kommt mit. Aber er kam wohl nicht mit. Also ist Kroni weg jetzt oder wie? Oder kriegt man den mal wieder irgendwann? Ich nehme an. Oder ist er Geschichte? Ich finde mal wieder, das war ganz unten im Süden, ganz unten im Süden war das. Da, da ist er. Aha. Und da sind diese Außerirdischen. Außerirdischen? Na, weißt du doch, die Violetten. Ach, die komischen. Die einmal geschossen haben und ich war schon tot. Und dann bist du abgehauen und hast Kroni dagelassen. Ja, Kroni ist nicht mitgekommen. Okay, also jetzt. Ich habe die Elexration, die du wolltest. Sehr gut. Du hast mich ausgezeichnet vertreten. Ich muss dir hoffentlich nicht erklären, dass dieses Geschäft unter uns bleibt. Gerade jetzt, wo wir Alps lernen, das Leben neu zu begreifen, ist unser Zusammenhalt umso wichtiger. Und deswegen ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dass ich dir helfe. Da mir nicht entgangen ist, dass du den Menschen schon sehr ähnlich geworden bist, wird etwas Elex deinem Organismus sicher guttun. Hier, du hast es dir verdient. Okay. Dankeschön. So, und was kannst du mir beibringen? Bring mir etwas bei. Natürlich. Was soll es sein? Er kann, das kann er nicht, klauen kann er. Und den Rest können wir. Zum einen ist meine Geschicklichkeit noch nicht gut genug. Ja, wir brauchen noch auf jeden Fall noch zwei Punkte wenigstens. Aber so großen Wert lege ich da eigentlich nicht drauf. Ja. Na gut. Ja, vielleicht brauchen wir es doch mal, dann wissen wir ja, wo wir es kriegen. So, und was hast du anzubieten? Mein Sortiment steht dir offen. Dann zeig her. Eine beschädigte Sphärenklinge ist nicht so gerade berauschend. Eins, kein Blaster, auch nicht gerade. Nee. Obwohl, die Rebellenkleidung ist besser. Aber 15.000, also nee. Nee, nee, Jetpack ist alles. Ist aber schwach. Na ja, Elex können wir brauchen. Tja. Oh. Was denn? Wir sind ein bisschen pleite, jetzt haben wir noch 81. Naja, ich meine, du musst dann halt auch mal wieder Geld verdienen irgendwie, oder? Hä? Oder was war das jetzt? Oder ist es nur Elex, oder was? Nee, Geld ist doch da oben, ne? Was hast du denn jetzt für so viel ausge... Was hast du denn jetzt gerade gekauft? Was war denn da so teuer? Hm? Äh, Elex. Aha. Na gut. Ja. Na gut. Oder du musst verkaufen. Na ja, da werde ich eben mal was verkaufen, was soll's. So, jetzt. Jetzt geht's zum Zettelverteilen. Die Worte des Glaubens. Nee. Ja, am Vorten und Krater. Bei den Berserkern und bei den Outlaws. Ne? Ja. Also dann, zack, das dürfte ja nicht lange dauern. Hoffe ich. Ich meine, die Reise ist natürlich ziemlich weit. Hier sind die Berserker. Kommen wir ja gleich mal hinspringen. Ja. Nee. Was denn? Nicht zum Bunker des Zuges. Doch. Ach, das ist bei ihr ja. Na, da müssen wir von hier aus laufen. Ja. Genau. Einmal geradeaus bis zum Ende. Dann ist das schon wieder dunkel. Das war wahrscheinlich eine ziemlich lange Reise. Tja. Achso, du kannst... Achso, ja. Was denn? Dein Wasser hast du ja schon, oder? Ja, hast du ja. Das ist ja dieses Butterschwert gewesen. Das Butterding hier. Ja. Ich war zwar nicht dabei, dass du sie abgeholt hast, aber das hast du mir gezeigt. Ja. Ja, ja, so toll finde ich das Teil eigentlich. Naja, wie man noch relativ klein ist, ist es ganz gut. Ja, ja, das sollte man vielleicht früh machen. Hallo, Frau von Ivan. Ich habe Ivan gar nicht gesehen. Ja, der ist auch da. Das ist ja auch in der Kneipe. Das weiß ich. Nicht ausgeschlossen. Wache ist das. Ich war nur neugierig, wer hier oben steht. Wo ist das? Ich habe... Oder ist das heiße Luft? Ist das das hier? Geht es dir auch so? War freit. Hm, wo steht sie hier? Kannst du es ihr geben? Ich habe keine Ahnung. Nee, ich soll das ans Anschlagbrett. Achso. Ja, keine Ahnung, wo das Anschlagbrett ist. Da ist vielleicht eins. Da ist ein Baum ist eins. Also da hier ist das so ein Ding, wo man Anschlagbrett hat. Ja, Johannes Aushang anbringen. Ist gut. Ja. Machen wir es. Zack. Okay. Hier sollte jeder einen Blick darauf werfen. Genau. Uns ist jetzt zwar nicht, aber die anderen Leute sollen das schon mal interessieren. So, das hätten wir. Gut. Na gut. Was ist da noch? Landstreicher gesichtet, aber auch. Landstreicher gesichtet? Ne, wir lassen ihn da rumlaufen. Ich würde nicht daran denken, einen armen Landstreicher einfach nur. Ja, man kann ja gucken, ist vielleicht ein interessanter Typ, also. Achso, na dann. Kann man doch mal gucken, aber jetzt machen wir erst mal fertig hier. Kann man mal gucken. Na gut, das dauert nur ein paar hundert Jahre. Bis dahin haben wir es bestimmt vergessen. So, Krater. Ja. Ist ja so ruhig hier auf den Straßen. Sind wohl nur alle in der Kneipe oder wo, he? Ja, scheint so. Und den Anschlag? Ach ja, wir haben ja hier den Kreis. Ja, das ist gut. Dann gehen wir mal zu dem Kreis. Ach nein, nicht zu ihm hier. Hallo, hier ist was. Hey du, hast mal Feuer? Ja. Ich will mir eine anstecken, aber meine Streichhölzer sind auf Wanderschaft. So. Sicher. Ach verdammt, lass stecken. Meine letzte Zigarette hat sich wohl auch verabschiedet. Ist vielleicht besser so. Gib nur einen kratzigen Hals. Sag, wolltest du dir einen Auftrag von der Tafel schnappen? Nein, ich wollte ein Flugblatt anbringen. Ja. Nein, ich wollte ein Flugblatt anbringen. Ein Flugblatt? Darf ich mal sehen? Ja, klar. Was ist das denn für ein Geschwafel? Das kann ja kein Mensch lesen. Hier hast du es zurück. Aber mal was anderes. Du hast nicht zufällig, was von Baxter's Höhle gehört? Was soll das sein? Leise. Die Wände haben hier Ohren. Pass auf. Ich habe dich nicht ohne Grund angesprochen. Schließlich musste ich sicherstellen, dass du nicht zu den aufgeblasenen Trotteln gehörst, die hier sonst rumlaufen. Und, habe ich deinen Test bestanden? Klar doch. Dein Aussehen, deine Fähigkeit, einen geraden Satz auf die Reihe zu bringen, das alles spricht für dich. Und worum geht's jetzt genau? Der Ort, den ich suche, kann uns alle reich machen. Nur liegt er hinter feindlichen Linien. Alleine habe ich keine Chance. Aber zusammen mit dir und ein paar anderen könnten wir es schaffen. Ach, wirklich? Das muss ja eine gewaltige Summe sein. Schon klar. Du glaubst mir nicht. Aber ich garantiere dir, wenn wir das Zeug heben, müssen weder du noch ich für irgendjemanden den Kopf hinhalten. Wo ist der Haken? Ich sag doch, du bist kein Einfallspinsel. Natürlich gibt es einen. Fähige Leute sind eine Sache, dass ich mich auf sie verlassen muss, die andere. Wenn ich mein Wissen preisgebe, habe ich viel zu verlieren. Deswegen brauche ich eine Sicherheit, bevor es losgeht. Ach ja, tatsächlich? Bei dem Risiko, dass ich eingehe, sind tausend Splitter angemessen. Bist du dabei oder nicht? Gibt genug andere, die Kasse machen wollen. Aber du scheinst verlässlich zu sein. Zwingen werde ich dich nicht. Schließlich ist die Summe, die ich verlange, kein Pappenstiel. So viel Elixit aufzutreiben, dauert seine Zeit. Du hast 24 Stunden. Länger halte ich es in diesem Loch nicht mehr aus. Ich warte hier auf dich. Lass mich nicht hängen. Würde man nicht eigentlich... Ja, genau. Ah, das Brett ist genau richtig für den Aushang. Tja, du hast ja noch einen richtigen Helfer vom Johannes. Ich hoffe, die Lauferei war es wert. Mal sehen, was Johannes springen lässt. Nix da. Der hat kein Geld. Das kannst du doch gleich vergessen. So. Ja, dann wollen wir Johannes Bescheid sagen, ne? Ja, wir wollen Johannes Bescheid sagen. Machen wir mal. Steht Tag und Nacht hier. Ja, die steht immer eher. Die schläft wahrscheinlich auch im Stehen. Tag irgendwo und blickt sich da hin. Bruder Johannes. Wegen der Pilgerreise. Wir haben die verteilt fertig. Ich habe die Flugblätter verteilt. Ausgezeichnet, mein Sohn. Und nicht eine Schramme hast du davongetragen. Ja, stell dir vor. Haben die Barbaren dir Schwierigkeiten bereitet? Nö. Nö. Möchtest du nun meinen Segen... Nein. Oh Gott. Auch wenn mir die spirituelle Welt verschlossen bleiben wird, empfiehlt es sich, ihn anzunehmen. Ja, weil du sagst... Schöpfer schließt niemanden aus seiner Herde aus, junger Freund. Aber nun sprich, willst du gesegnet werden? Ich will kein Segen, ich will splitter. Was sollt? Hä? Nein. Gerne Vater. Gerne Vater. Nichts spendet mehr Kraft und Wärme als des Schöpfers Botschaft. Lass dich segnen, mein Sohn, auf das dir der steinige Weg eben sein möge. Hier, das ist für dich. Dieses Geschenk mache ich all jenen, die dem Schöpfer Wohlgefallen bereitet haben. Sollten dir die Gedanken einmal drübe werden, lies darin und du wirst Halt finden. Eine bessere Belohnung wird dir niemand geben können. Na gut, wir haben auf jeden Fall viele Punkte erhalten. Ja, das war eine gute Erfahrung, ja. Das war sehr gut. Habe ich doch gestaunt. So, so nächstes. So. Und du meinst... Und die arbeiten hier noch nachts, die kämpfen da immer noch. Na, dann sollten wir mal ein bisschen Geld besorgen und am besten Bulli mitnehmen, ja? Dahin? Ja. Zu dieser Tante. Ja. Mal sehen, was die vorhat. Ach, mit dieser Tante da, ja gut, von mir aus. Ja, okay, mach das. Du gehst halt hin, wo ein Laden ist, wo du das verkaufen kannst. In der Bastion kannst du ja auch verkaufen, ne? Ja. Ja, ja. Kann ja zum Spiel gehen. Ja, da können wir ja auch Bulli da nicht mehr. Ich kann auch gleich mal gucken, ob ich... Ja, Falk, du bist jetzt erst mal entlassen. Ich brauche dich nicht mehr. Halte dich in der Bastion bereit. Selbstverständlich. Gut, dann gucken wir mal hier, ob wir irgendwelche Fahnenwaffen verbessern können. Nein, wir haben immer noch zu wenig Mana. Also gehen wir mal zum Schmied. Zum Schmied. Da willst du was verkaufen. Musst du ja auch, weil du hast kein Geld, um irgendwas zu... Ja, beim Schmied mal gucken, ob man irgendwelche Waffen noch verbessern kann. Könnte funktionieren. Aber manche Leute stehen hier die ganze Nacht hier herum. Ja, die müssen ja alle hier stehen und drauf warten. Keine Wohnung, sogar dein Sohn. Nicht, dass unser Held seinem Sohn auch nur einen Blick gönnt. Aber der Sohn ist auch so... Du meinst, ich sollte ihm auch mal wieder guten Tag sagen? Du hast das Gefühl, dass der Sohn ihm intellektuell überlegen. Hallo. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. So, gucken wir doch mal. Ja. Nein, ich muss erst mal was verkaufen. So, das... Oh, die sieht gar nicht so übel aus, hm? Und die können wir auch bald tragen. Erlöser. Blitzschaden. Oh ja. Hau weg. So. Gut. Schrott. Haltet euch lieber an die Technik und ihre Vorteile. Und jetzt wenig Musik. Das war Herbert aus dem Buch. So, haben wir hier überhaupt was? Ja, wir haben... Haben wir noch mehr? Ja, wir haben noch... Gut. Aber wieder guten Abschub, das bringt richtig Geld. Na gut. Na los. Der kann sich nicht lösen. Ich will etwas kaufen. Sicher doch. Ja, zwischendurch kriegt er natürlich keinen Nachschub. Aber ich wollte mal sehen, wie viele Pfeile... 1200. Ach, was heißt... Wiegt ja nichts. Gut. Danke, tschüss. An alle einsamen Wanderer dort draußen. Na gut. Also, du wirst ja dann... Wolltest ja dann nicht zu dem Mädchen wieder zurück. Aber... Wir machen jetzt nur so, dann kannst du ja da hinreisen. Wem wolltest du denn mitnehmen? Euer Herbert aus dem Augen. Hm? Äh, ich suche Bulli. Äh, der ist er. Da ist er. Neh mal Bulli mit, ja. Der passt doch zu sowas. Ja, ja. Ja, ich finde wohl die gar nicht übel oder so. Der ist so gerade heraus irgendwie. Pass mal auf, du Vogel. Ich wäre dann soweit für die nächste Audienz. Jetzt schon? Dann lass mal hören. Wer soll's denn diesmal sein? Judikator Reinhold. Ein Handelspakt und Ressourcensharing mit den Morkons könnten sich für die Kleriker auszahlen. Du weißt aber schon, dass sie mit Sicherheit ziemlich misstrauisch sein werden. Die Kleriker sind Menschenfreunde. Die Morkons exakt das Gegenteil. Das lass mal meine Sorge sein. Bring mich einfach zu Reinhold. Und ansonsten halt die Klappe. Also, dann nimm mal die Nesti mit. Was soll's? Klar doch. Die passt auch genauso gut. Ja, zu der Sache erst mal. Ja. Ja, natürlich. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss. Ja, ich gehe jetzt erst mal hier hin, damit ich weiß, nächstes Mal, was wir eigentlich wollen. Ist gut. So. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Warst du die letzte Zeit schon mal wieder bei den Klerikern? Halt. Nein. Eigentlich immer nur mit dir zusammen. Okay. Gut. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.